Die USA steuern mit massiven Sicherheitsvorkehrungen auf den Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden als künftigen Präsidenten zu. Vor der Amtseinführung am Mittwoch geht in der US-Hauptstadt Washington nicht nur die Sorge vor weiterer Gewalt durch aufgebrachte Trump-Anhänger um. Ein Sprecher des US-Heeres erklärte am Montag auf Anfrage, die Army arbeite mit der Bundespolizei FBI bei der Überprüfung aller Soldaten zusammen, die im Rahmen der Amtseinführung im Einsatz seien. Die Polizei wird von bis zu 25.000 Mitgliedern der Nationalgarde unterstützt. Biden wird am Mittwoch als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Kamala Harris wird die erste Vizepräsidentin des Landes. Gewalttätige Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump hatten das Parlamentsgebäude am 6. Januar erstürmt. Das Zentrum der Hauptstadt hat sich in den vergangenen Tagen in eine Hochsicherheitszone verwandelt. Trump hat bereits angekündigt, der Amtseinführung fernbleiben zu wollen. US-Medienberichten zufolge will er Washington am Morgen vor der Vereidigung seines Nachfolgers verlassen.